Hallo Jena! Zum heutigen Freitag will ich mit einem Thema beginnen, wo wir in der vergangenen Woche und auch im Wochenende davor gesehen haben, wie sich unsere Stadt mal wieder von ihrer lebenswertesten, liebenswertesten, sympathischsten Seite gezeigt hat. In dem auf eine ganz herzliche und irgendwie auch fast ganz normale Art und Weise Menschen mit und ohne Handicap zueinander gefunden haben. Das begann im Bereich Kultur mit dem Schrankenlos-Festival, auf das ich letzten Freitag ja auch schon hingewiesen hatte, und setzte sich jetzt in der ganzen Woche fort mit dem Vorprogramm zu den Special Olympic World Games. Und da haben wir in den Bereichen Kultur und Sport – also genau in den Bereichen, die wie kaum etwas anderes Menschen zueinander führen können – gesehen, wie wichtig es unserer Stadt ist und wie gut es angenommen wird in unserer Stadt, dass eben Menschen mit und ohne Behinderungen ganz unmittelbar miteinander in Kontakt, in Berührung kommen und Dinge gemeinsam tun. Konkret das Schrankenlos-Festival, ein Festival für jeder Mensch, wie wir das genannt haben, wo also der Zugang zu der Kultur, zu den Konzerten, zu den Spielen, auch zu den Informationsveranstaltungen, zur Begegnung und zum Kennenlernen für alle Menschen möglich war – ganz gleich, welche Voraussetzungen sie mitbringen. Dabei ging es darum, auch denjenigen, die eben ohne Handicap unterwegs sind, die Schranken vor Augen zu führen, die es in unserer Welt, in unserem Alltag immer noch gibt. Oft macht man sich gar keine Vorstellung davon, was alles irgendwie im Weg sein oder behindern kann. Viele denken natürlich sofort an den Bordstein, der abgesenkt ist oder nicht und was das für Menschen mit Behinderungen auslöst. Ist er nicht abgesenkt? Kommt man nicht rüber mit dem Rollstuhl zum Beispiel? Ist er abgesenkt? Kann er zum Problem für Sehbehinderte werden? Aber es gibt noch viel, viel andere Bereiche im täglichen Leben. Wie ist eine Webseite gestaltet? Vom Kontrast von der Farbgebung her? Wie ist das sprachlich gestaltet? Können alle Menschen den Darstellungen auch unmittelbar folgen? Und am Ende hat sich gezeigt, auch in den Kommentierungen, die die behinderten Menschen selbst im Zuge des Festivals gegeben haben, dass die schwierigsten Schranken, die im Kopf sind, in aller Regel. Dort geht es los. Man muss es wollen, man muss es sich bewusst machen. Und genau darum ging es mit diesem Festival. Natürlich um Begegnung und Spaß miteinander, aber eben auch um Öffentlichkeit, um eine Bewusstmachung für dieses Thema. Und das ist ganz, ganz hervorragend angenommen worden. Ein riesengroßer Dank hier insbesondere an Eva Göbel von Jena Kultur. Die Seele hinter diesem Festival, die organisatorisch alle, alle Fäden in der Hand gehalten hat und die mit viel, viel Herzblut dabei gewesen ist. Und wir alle haben gemeinsam gesehen, wie gut es angenommen wurde von den Menschen, von den Familien, auch von den Gästen, die beim Festival da waren. Es sind viele feuchte Augen da gewesen. Das war ganz, ganz großartig. Der Wunsch wäre, dass wir so etwas verstetigt bekommen, dass wir auch bei zum Beispiel der Kulturarena so etwas wie die Rampe, die es dort gab, dass auch für Menschen mit Rollstuhl das leichter zugänglich ist, dass wir solche Dinge im Alltag weiterführen und dass wir auch dieses Format eines solchen Festivals nicht nur einmal gemacht haben, sondern dass ich so etwas wiederholen kann. Das Besondere übrigens hier, und auch darauf hat Frau Göbel früh geachtet, dass auch Menschen mit Behinderungen selbst in dem Festivalbeirat dabei gewesen sind, also früh auch in die Organisation dieses Festivals selbst mit eingebunden waren. Und das hat man auch gemerkt, wie das wechselseitig voneinander profitiert hat und mit wie viel Freude die Mitglieder des Festivalbeirats auch dabei gewesen sind. Ja, und der zweite Bereich, das schloss dann unmittelbar an. Das Festival war Samstag, Sonntag. Und von Montag bis Donnerstag, also bis gestern, hatten wir nun im Bereich Sport im Zuge der Special Olympics World Games in Berlin eine Delegation aus Lettland hier in Jena zu Gast. 34 Sportlerinnen und Sportler, Betreuerinnen und Betreuer sind nach Jena gekommen. Und das ist ja das Tolle an diesem großen Sportevent. Die Special Olympics sind das größte Sportevent weltweit für Menschen mit geistigen oder mehreren Behinderungen. Man muss es unterscheiden, das sind nicht die Paralympics, die immer unmittelbar im Anschluss an die Olympiade stattfinden, sondern hier geht es eben um Menschen mit geistiger Behinderung oder mit Mehrfachbehinderung, die ihre eigenen Spiele haben und die genauso in die Öffentlichkeit drängen mit diesen Spielen und die sich dort als Sportlerinnen und Sportler messen in Wettkämpfen, aber eben auch international Kontakt miteinander und mit den jeweiligen Gastkulturen haben. Und das ist das Besondere an diesem Sportevent, dass es immer ein Vorprogramm gibt in etwas über 200 Städten in Deutschland. In diesem Jahr ist Deutschland der Austrager und wir hatten das Glück, eine Delegation aus Lettland zu Gast zu haben. Und für die haben wir ein ganz, ganz buntes, breit gefächertes Programm angelegt. Zum Beispiel natürlich gemeinsames Training mit Menschen hier vor Ort und auch da Menschen mit und ohne Behinderungen, die gemeinsam mit ihnen trainiert haben. Die Sportlerinnen und Sportler konnten sich das gerade neu entstehende Stadion mal auch von innen anschauen. Sie haben teilgenommen an den Behindertensportspielen, die hier in Jena ja jedes Jahr stattfinden. Mit der Corona-Pause, die es mal nicht möglich macht, aber ansonsten seit 1997 jedes Jahr, wo aus ganz Thüringen Sportlerinnen, mit und ohne Behinderungen zueinander kommen und sich wechselseitig messen und eben auch begegnen, kennenlernen. Wir waren beim Saale-Betreuungswerk zu Gast mit der lettischen Delegation. Das wissen Sie ja, das Saale-Betreuungswerk, das spezialisiert ist darauf, Menschen mit Behinderungen auch im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und mit Tätigkeiten zu beschäftigen, die viele von uns vielleicht gar nicht so ohne weiteres ausüben könnten, weil es uns an Disziplin und Genauigkeit fehlt. Das war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Bei dieser Gelegenheit übrigens auch – auch da mein herzlicher Dank – die Möglichkeit für die Lettinnen und Letten, hier zwei Ausnahmesportler kennenzulernen und zu treffen, die wir in Jena aufzubieten haben. Zwei Olympiasieger, Marlies Gör und Thomas Röhler sind beide da gewesen. Das war für die jungen Menschen natürlich auch eine ganz besondere Gelegenheit. Sie haben am Stifterlauf teilgenommen, die die Bürgerstiftung organisiert hat, auch gemeinsam mit allen anderen Sportlern. Dann gab es eine inklusive Disco. Das war auch ganz toll. Es sollte ja auch Rahmenprogramm, nicht nur Sport, sondern auch Kultur und Begegnung sein. Ganz, ganz toll. Abschiedsveranstaltung dann im Planetarium. Und ich glaube, die Lettinnen und Letten sind mit ganz, ganz wunderbaren Erfahrungen und Erinnerungen an unsere Stadt wieder weggefahren. Sie sehen, das war jetzt eine ganze Woche, samt letztem Wochenende, nur diesem Thema gewidmet. Und beides ein großer Erfolg. Und im Bereich Sport, genau wie vorhin an Frau Göbel mein Dank im Bereich Kultur. Hier mein ganz, ganz herzlicher Dank an Vanessa Baum, unsere Sportbeauftragte, die gewirbelt ist in der Organisation, immer dafür gesorgt hat, dass alles zueinander gepasst hat. Da ist viel, viel Zeit und Kraft reingegangen. Und es ist immer auch ganz, ganz viel Herzenswärme dabei gewesen. Und das hat sich kommuniziert. Das waren zwei wunderbare Veranstaltungen. Ja, dann habe ich zwei Themen für Sie, die am jungen und am älteren Ende der Lebensspanne ansetzen. Wir beginnen mal im Bereich der Kindergärten. Hier hat es eine, das ist zwar eine verwaltungsinterne Veranstaltung gewesen, ich will aber trotzdem an dieser Stelle hier kurz dazu berichten, weil es da auch anschlussfähig etwas zu sagen gibt, was Sie wahrscheinlich alle interessiert. Es gab einen Fachtag für die kommunalen Kindertagesstätten, also die elf Kindergärten, die in kommunaler Trägerschaft sind. Und auf diesem Fachtag ging es im Großen und Ganzen um Resilienz, auch um das Thema Gesundheit in der Erziehung der Kinder in unseren Kindertagesstätten. Wir wissen ja, darüber haben wir im Zuge von Corona und auch danach oft gesprochen, dass die schwierigsten Auswirkungen der Pandemie sich in den Kindereinrichtungen gezeigt haben, in den Kindergärten und Schulen. Und dass natürlich insbesondere auch das Personal, die Pädagoginnen und Pädagogen in den Kindergärten unter einem ganz besonderen Druck gestanden haben während der Pandemie und auch danach noch. Sind in vielen Fällen der einzige Puffer gewesen, der zwischen den Schwierigkeiten, die wir alle hatten und den Kindern oder auch den Eltern der Kinder standen und da auch noch einmal nachgelagert ein ganz ganz herzlicher Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, dass sie diese schweren Jahre so im Rahmen des Möglichen gut gestaltet haben für die Kinder. Denn die sind ja selber sehr sensibel und bekommen solche Drucksituationen, solche Veränderungen ganz unmittelbar mit. Hier ging es jetzt darum, dass einerseits in einem Fachtag von Experten dargestellt werden sollte für die Kolleginnen und Kollegen, wie man mit der Situation halbwegs gut zurechtkommen kann, die wir alle kennen in allen Bereichen, aber auch in den Kitas eben Personalknappheit. Wie geht man damit um, wenn man es nicht zu 100 Prozent gelöst bekommt, dieses Thema? Und das Zweite, was ist mit Gesundheit sowohl für die Kinder? Gestresste Kinder lernen nicht, war das Motto des Experten hier, aber eben auch für die Kolleginnen und Kollegen. Wie kann man damit gut umgehen? Also im Sinne von Resilienz. Und mir war es wichtig, bei diesem Fachtag über ein gewisses Zeitfenster mit da zu sein, um die Wertschätzung erkennbar werden zu lassen, die wir als Stadt und Stadtspitze gegenüber den Kolleginnen und Kollegen haben für all das, was sie immer leisten. Ich weiß, was das bedeutet. Ich habe bei beiden Kindern die Eingewöhnung mitgemacht und weiß nach den zwei mal 14 Tagen, ich war klipperklar beide Male, wie anspruchsvoll die Tätigkeit ist. Und zweitens und vor allem ging es mir darum, die Diskussion etwas einzuordnen, die ja gerade durch den öffentlichen Raum auch geht und auch hinter den Kulissen die Sorge, die man hat, weil wir alle wissen, dass wir im Moment einen genau umgekehrten Trend wie in den letzten Jahren hatten, wo wir immer den wachsenden Bedarfen bei den Kindergärten nachgelaufen sind und gar nicht zeitweise, gar nicht schnell genug Kindergärten bauen konnten. Jetzt dreht das alles innerhalb ganz kurzer Zeit ins krasse Gegenteil, weil der Geburtenknick nach der Wende jetzt ankommt bei den Eltern, die heute nicht in so großer Zahl da sind und deswegen auch wiederum sinken die Geburtenzahlen, dass wir innerhalb kürzester Zeit jetzt plötzlich einen Überhang an Kindergartenplätzen haben. Und das geht auf Dauer auch nicht, weil man sich das schlicht nicht leisten kann. Weder die Stadt noch die freien Träger in ihren Einrichtungen, die sie betreiben. Und deswegen wird es wohl unvermeidbar sein, dass wir in geringem Umfang Kindergartenplätze abbauen und einzelne Kindertagesstätten auch werden schließen müssen. Und da geht natürlich jetzt die Angst um bei den Eltern und auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen war ich auf diesem Fachtag und deswegen sage ich auch Ihnen das in der Öffentlichkeit. Wir werden diesen Prozess natürlich so gestalten, dass wir erst einmal all die Stellschräubchen, die wir damals angezogen haben und noch ein bisschen mehr Kapazität aus den vorhandenen Kindergarten rauszuholen. Also zum Beispiel noch ein Kind mehr pro Gruppe oder oder solche Maßnahmen kann man erst einmal wieder ein Stück zurücknehmen. Und da, wo es sich tatsächlich nicht vermeiden lässt, einzelne Einrichtungen zu schließen, werden das a nicht viele sein und b wird das nicht über Nacht passieren, sondern sehr, sehr überlegt, Kriterien geleitet, nicht nach Zufall oder nach Nase, du gefällst mir, du nicht, sondern Kriterien geleitet. Und dort, wo es dann so kommt, mit langer, langer Vorankündigung über mehrere Jahre. Man kann ja nicht von jetzt auf morgen einen Kindergarten schließen, sondern man wird die Gruppen, die 6,5-Jährigen, die dann am oberen Ende der Altersskala rauswachsen, rauswachsen lassen, ohne unten bei den Kleinsten neue Gruppen aufzunehmen. Dann wird die Einrichtung langsam kleiner und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr sinnvoll ist, sie weiter zu betreiben. Dann wird man die noch verbliebenen Gruppen auf andere Kindergärten aufteilen und auch die Kolleginnen und Kollegen natürlich mitnehmen. Und insofern muss aufgrund der Tatsache, dass wir diesen Weg gehen müssen, niemand von unseren Kolleginnen und Kollegen befürchten, darüber den Job zu verlieren. Und von den Eltern und Kindern muss niemand befürchten, dass hier über Nacht irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Wenn die eigene Einrichtung betroffen sein sollte und jetzt muss sich nicht jeder über seine Sorgen machen, dann wird das mit langer, langer Vorlaufzeit angekündigt sein und abgefedert werden. Das war mir wichtig, auch an dieser Stelle mal darzustellen, damit diese Sorge ein bisschen aus der Welt genommen ist. Wir werden das sanft, behutsam und zu guten Lösungen führen können. Ja, und am genau anderen Ende des Altersspektrums haben wir natürlich als Stadt auch große Aufgaben. Es gehört zu unseren Pflichten in der kommunalen Daseinsvorsorge uns eben auch um die älteren Menschen zu kümmern. Und das werden immer mehr. Das wissen Sie, das ist eine Binsenweisheit geworden, dass die Bevölkerung insgesamt älter wird, dass wir individuell älter werden, dass es insgesamt mehr ältere Menschen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung gibt als früher. Allein im Vergleich zu 2011 ist bis zum Jahr 2030 zu erwarten, dass sich dieser Anteil der über 80-Jährigen in der Bevölkerung verdoppelt. Da kann man erahnen, was da an Aufgaben damit zusammenhängt. Und all das wird im Moment zusammengefasst in dem neuen Altenbericht, der im kommenden Stadtrat, jetzt Ende Juni, dann dem Stadtrat vorgelegt und beschlossen werden soll. Da ist zu danken Herrn Wischolek und Frau Wächter, unsere Altenhilfeplanerin und Herr Wischolek vom Team Integrierte Sozialplanung, die die vielen Daten hier zusammengetragen haben, gemeinsam mit dem Team Controlling und Statistik und das Ganze aufbereitet haben zu einem Papier, das zum einen analysiert, wo stehen wir, was haben wir an Strukturen in der Stadt zur Unterstützung und Begleitung und Betreuung älterer Menschen schon da – und das ist viel – und zugleich aber auch Anregungen und Zieldefinitionen, wie können wir noch etwas besser werden an der einen oder anderen Stelle. Denn unser Anspruch ist, dass wir gerade die älteren Menschen so lang wie möglich im eigenen Wohnumfeld belassen können, dass sie so lang wie möglich dort bleiben können. Also wenn sie Betreuung oder Pflege brauchen, dass man das eher ambulant als stationär klärt. Natürlich kommt der Punkt unter Umständen, wo es nur noch stationär geht, aber so lange wie möglich das Ganze ambulant zu klären. Und da gibt es Strukturen, Unterstützungsstrukturen, Vernetzungsstrukturen und auch viele Anbieter, die ja gar nicht alle städtisch sind, die wir aber gern koordinieren und beraten. Und all das ist zusammengetragen in diesem alten Bericht und gibt eben auch Handlungsanweisungen für den Blick nach vorn. Und da reden wir über zentrale Handlungsfelder wie gesellschaftliche Teilhabe, wie gelingt es, dass ältere Menschen eben nicht zu Hause vereinsamen, sondern nach wie vor Kontakte finden und Kontakte haben. Wie ist es mit dem Bereich Pflege, den wir ja auch nicht selbst organisieren, aber wo wir unterstützen und wo wir vernetzen können? Wie ist es im Bereich Wohnen? Können wir beraten, dass das Wohnumfeld so gestaltet ist, dass auch alleingebliebene ältere Menschen alleine zurechtkommen in ihren eigenen vier Wänden? Und es geht eben viel um das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung. Denn oft wissen die Menschen gar nicht, wie viele Angebote es alle gibt und wie die auch miteinander verschränkt sind. Ja, und das waren die Themen, über die ich berichten wollte. Ich habe noch eine Ankündigung bzw. Einladung. Morgen am Samstag ist der 17. Juni. Der 17. Juni ist ein besonderes Datum und in diesem Jahr ganz besonders, weil der 17. Juni 1953 70 Jahre her ist. Also zum 70. Mal jährt sich der Volksaufstand in der damaligen DDR. Und es ist in diesem Jahr so, dass wir nicht nur die Veranstaltung machen, die wir zu diesem Jahr immer machen am Denkmal hier in der Gerbergasse, sondern dass dieses Jahr der zentrale Festakt des Freistaats Thüringen in Jena stattfinden wird und das in mehreren Teilen und mit großem Bahnhof. Also da werden von den VIPs, werden Frau Pommer da sein, die Landtagspräsidentin, Herr Professor Hoff, Chef der Staatskanzlei und Kultur-, Bundes- und Europaangelegenheiten- Ministerium. Es wird Klaus-Dieter von der Weiden da sein, der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshof. Mein Kollege aus Erlangen, Oberbürgermeister Florian Jannik, also die deutsch-deutsche Partnerschaft ist hier auch mit vertreten zum 70. Jahrestag, wird da sein. Herr Professor Ganzenmüller, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Ettersberg. Herr Dr. Wurschi, der Landesbeauftragte für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und es werden auch Schülerinnen und Schüler des Otto Schott-Gymnasiums ins Programm eingebunden sein. Also sehr, sehr breit aufgestellt und das Ganze in mehreren Teilen. Wir werden eine Gedenk- und Erinnerungstafel an Alfred Diener enthüllen mit Schülern in der Alfred-Diener-Straße passenderweise. Wir werden einen Kranz niederlegen am Denkmal für den 17. Juni hier am Technischen Rathaus. Und es wird im Historischen Rathaus den zentralen Festakt geben, wo das Ganze feierlich und würdig begangen wird in diesem Jahr. Das können Sie gerne an der einen oder anderen Station verfolgen. Herzliche Einladung dazu. Und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich wünsche Ihnen allen wie immer ein erholsames, ein geruhsames Wochenende. Am Samstag viel Gedenken an den 17. Juni. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag an dieser Stelle wieder. Und bis dahin, wie immer, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.